ja damit willkommen hier wieder in hahnstedt vollgearbeitet sich deutschland ja in deutschland und ich bin noch mal etwas vor damit es noch heller wird wir machen die rufen oder das ist das wir machen die hofeisenjagd wieder deutschland machen wir hier nur die hofeisenjagd oder auch alles andere ich überbringe ihnen die nachricht des führers ich bin der büder ich glaube nicht dass die hier sind das kann ich dir beantworten wir haben und es ist die karte der wieso anders aus weil das die karte der fünftige schnitzel hier ist das größte schnitzel kannst mal zu m fliegen äh nicht fliegen ich weiß auch noch nicht wo gewollt waren okay kuhweide nähe hochspinnerei ich bin aber glaube ich bin nicht zu hoch als ich bin da rein in den Süden ich bin mit dem Auto mit dem traktor fand es das dauert ein bisschen mit dem am besten da wir haben doch noch irgendwo das Auto beim letzten erkundungsjahr in richtung fällt 30 da ich hab doch zettgekriegt da ne 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 Da kannst du auch steigen. Oh! Geil! Bin ich da? Nee! Nee! Profi! Hier! Da hast du keiner raus. Ich glaube nicht mehr. Ufer! Ach komm da ist ein Ufer-Eisen. Gott sei Dank. Wo? Da war kein. Da war ein Zickelstein. Oh. Oh je. Oh. 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 Da muss da irgendwas wegreden. Das geht doch nicht. Hier bestimmt ein Telefon. Gib mir ein Bein. Das kann doch nicht sein. Ich werde nichts finden. Bitte. Hier waren wir. Genau in den Brunnen lag ein. Hier waren wir schon mal. Nein. Doch. Das war ein anderer Brunnen. Ja genau hier. Nein. Kann ich doch voll gut erinnern. Kann sie nicht. Nein. Äh. Ja. Aber wenn man das ist. Ja. Bestimmt nicht. Hier. Das muss. Das muss einfangen werden. Fliegen wir Steine. Von hier aus sieht man es noch besser. Ja. Tja. Hier. Hier nicht. Hier sind. Nein. Erreicht hier. Das schaue ich gleich rein. Erstmal hier rein. Ja. Da scheint auch nichts Holz zu sein. Ja. Und das würde ja auch direkt kommen. Ja. Ja. Wir können jetzt die. Also. Jessica. Drückbar. So. Jetzt hätte ich die. Die könnte mir nimmer anschauen. Ich mach das. Soweit das liegt bestimmt nicht. Also bei N. Zu der 36. Was ist n da bei. Und neben der 36. Was ist denn das. Soweit. Aber du kannst zu N. Wo ist denn das? Da, bei der 25. Was ist das? Getreidemülle. Ich glaube, da waren wir auch noch nicht. Ist das lange her! Schade, wenn die kein Buch reichen wäre. Aber ich schalte... Daher bin ich keiner mehr weiter schon, aber... Hätte sein können, gegen hohen Gras. Man hat ja Mühe, den beim Verstecken fast mehr. Ja. Nein! Wir müssen hier schnell gehen. Ja, es muss auch hier nicht machen. 큰 kreis auf. Aber, dass und die Bremse sind. Was sind denn eben? Euer Räume? Ich bin ja schon. Ich bin ja schon. Ich bin ja schon. Ich hab hier, ich hab hier, ich hab hier. Ich hab hier einfach raus. Ja. Ja. Ich hab hier, ich hab hier. Nee. Ist aber irgendwo was. Ich hab mich verarscht. Sollte es hier nichts in einem Glückontiner reingehen, kann man nicht mal hochweisen. Versteh ich nicht. Aber, echt. Da ist doch. Ah, hier. Ah. Aber. Guck. Nee. Wie viel Ufer-Wie viel Ufer-Wie viel Ufer-Wie viel Ufer-Wie haben wir denn eigentlich? Ach, das war ja. Warte. Noch eins. Und dann neun. Einzwanzig. Ich gehe uns vor uns nicht. So. Kann doch nicht, nicht nicht sein. Nicht nicht sein. Der letzte Mal da was. Und hier hab ich auch schon irgendwie das Kultivier mal sagen. Nee, wir sind immer alles gleich aus. Ja, super. Ja, super. Ja, ja. Kann nicht wahr sein, dann hochkommen. Kann nicht wahr sein, dann hochkommen. Kann nicht wahr sein, dann hochkommen. Kann nicht wahr sein. 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 Ich muss auch da. Entschuldigung. Kein Problem. Ich spreche nicht mit dir. Mir macht das ja nichts aus. Doch. Mir macht das sowas von was aus. Oh nein. Noch nicht mal so schlau wandern. Naja, hab das was mit schlau zu tun? Aber da ist irgendein Übergang. Ha, ich weiß bestimmt irgendwas. Das neue Spruch. Ha, da ist bestimmt was. Ich frage mich nur Richtung. Das ist klar. Aber welchen. Ist bitte einmal so rumgelaufen. Der ist nicht. Ich bin nicht weit seit. Ich bin nur noch stopp da. Und die kommt stecken. Der sieht doch. Und auf den Traktor. Oh. Hallo. 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 Ich hab doch was fingerlauen. Du musst doch anfangen. Nee, du hast die Mutter doch vorhin auch ausgemacht. Nein! Nein! Schade, dass man hier auf sich erst der AG drücken kann und nochmal an, wie wollen wir einbauen? Auf! Hier kann doch, hier muss was sein, halt. Hier kann nicht nicht sein. Das geht nicht. Das ist eine coole Aussage, hier kann nicht nicht sein. Dann aber kann man die gar nicht richtig. Hier kann was sein. Boah. Ey, willst du mich eigentlich verarschen? Es hätte wenigstens belohnt werden können, dass ich überhaupt hier hochgestiegen bin. Zehn Minuten, nichts gefunden. Scheiße. Ich weiß, wir wollen bis gleich zurück machen, aber krass. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wenn. Oh Gott. Ich bin nicht wahr. Nein. Nein. Leute. Verarsch dich nicht. Das kommt mir sofort an. Aber hier hätten wir alle schon gefunden an der Hochwende. Da waren wir natürlich mal die Hälfte. Hat man noch nicht mal einen Vierten. Ich bin klar. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ah, Rauch. Beide in der Welt. Du kriegst dich an den Rappen. Du willst springen! Nein, das geht nicht. Ich glaube, bei der Schafweide waren wir aber auch noch nicht. Wir müssen die alten Folgen analysieren. Da wissen wir, wo wir schon mal waren. Naja, stimmt. Du musst dir ja nur die Nächte anschauen. Nein, die Hälfte ist schon mal den Frischen, Drittel und Viertel vorbei. Wir werden sowieso nicht in diesen drei Folgen alle filmen, das kann schon sagen. Am Anfang ist es sowieso das einfachste, weil wir dann mal was finden. Und das hat sich mal schwierig, weil du vielleicht irgendwo einst übersehen hast, wenn du weißt nicht wo. Nein, du kannst nicht. Du musst es dann noch auswählen. All 20 Minuten. Aus. Rechts. Genau. Ich werde wärmer. Ich werde mich. Ich werde mich. immer ich bin mal weg ich habe einfach gespielt was die Europäische die Hauptstadt ja eigentlich will er ein verdammt auch ein ein mit ich was aber ist es ehrlich zufrieden und die Dann geht man immer vorbei. Ich hab das witzig gedacht. Die Entwickler hatten einen super Spaß dabei. Komm, fahre ich. 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 Das weißt du sehr. Das ist die Antwort. Ja, das ist die Antwort. Ja, was ist das? Oh man. Hubert! Hubert! Ich wusste das. Aber bitte. Aber bitte. Erinnert sich an diese alte Zeit mit dem Huf-Eisen. Das war nicht toll. Vor allem, dass wir auf diesen Namen geko... Äh, nicht Huf-Eisen. Das ist noch nicht mal ein richtiger... Ja, man sieht das da oben. Das sieht gar nicht mal anders so aus wie ein Penis. Ja. Das ist ein Huf-Eisen. Ein Huf-Eisen. Jetzt befahren Sie euch da. Willkommen zu euch. Ja, wo wohnt ihr denn? Ach, genau zur Antwort. Ja. Ja, wie du einfach im jeden Fall immer für FM benutzt. Damit du hoffst, dass es mehr Tits bekommt. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Wo meinst du? Ja, ich weiß. Stimmt, beim Z-Bad haben wir auch noch nicht geschaut. Ja. Da ist... Потому ja... und Ich hab noch maximal 4 Minuten, Alter, komm. Kacke, wo lauf ich jetzt hin? Da. Da war ich eben. Kacke. Hier, komm. Die drei hab ich schon. Ich bin 10. Jetzt, komm. Jetzt, komm. Haben wir vorhin auch schon, Landspieler. Das ist beleidigend. Ja, sag, komm! Da istacji, Hochsché. Wir sehen uns beim nächsten Mal. und so gut und schneller dringend Weltmeister, du kannst doch brennen. Äh, was? Ach. Ein Hochweilen! Ähm, ja. Ja, ich weiß noch nicht. Ja! Ach so, ich bin hier. Ah! Komm! Das ist ein bisschen rum. 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 Ich gucke auch. Das ist ein bisschen rum. Ihr wart mir eben. Ich bin schon von der anderen Seite. Okay. Aber letztlich ist ja doch eine. Da ist noch nicht statt. Ich weiß nicht. Da ist auch nicht. Ich fahre noch nicht. Es schiefer auch nachkommt. Da kommt doch noch mal. Wunderschöne mal. äh... Also muss man auch wissen wollen nicht. Da kommt sich schon wieder durchfallen. Ja, das war's dann auch von dieser... schönen... Folge. ...ensommen auch dann... hier hier und die die folgen wir sagen bis zum Beispiel Eure Jungs von Schuhe